Das Bläs-Missionswerk heisst Sie willkommen zurück zu unserem Leseabenteuer. Geniessen Sie das nächste Kapitel von Pater Gerion Goldmanns Autobiografie «Tödliche Schatten – Trössendes Licht». Atemlos fragte ich, soll Hitler getötet werden? Die Antwort, er muss auf irgendeine Art und Weise beseitigt werden. «Herr von Trott, ich bin Katholik und habe einen Eid geschworen. Den soll ich jetzt brechen?» Nun wandte er sich mir ganz nahe zu. «Wir sind auch Christen und wir sind Deutsche. Wir haben oft und oft das Kreuz vor uns gefragt, was wir tun müssen. Aber weil wir Christen und Deutsche sind, bleibt uns kein anderer Weg und wir müssen schnell handeln. Die Zeit drängt, sonst ist es zu spät. Überlegen Sie bis morgen, wie Sie sich entscheiden wollen. Damit ging er die Höhe hinauf zu seinem Besitz. Am nächsten Morgen fuhr ich nach Fulda und sprach mit dem Bischof über das Problem, natürlich ohne Namen zu nennen. Wie staunte ich von ihm zu hören, dass er viel genauer über alle diese Entwicklungen im Bilde war, als ich. Er war also auch eingeweiht. «Machen Sie mit und helfen Sie uns», sagte er. Zurück in Imshausen traf ich am Abend noch einmal Herrn von Trott. Wieder ging es hinaus ins freie Feld. Ich erhielt von ihm einige Botschaften, die ich memorieren musste. Zwei Namen wurden mir gesagt. Ein Empfänger befand sich in Paris, einer in Rom. Ich war sprachlos. Paris kannte ich ja gut, in Rom aber war ich noch nie gewesen. Er meinte, warten Sie auf eine Gelegenheit und vergessen Sie die Namen nicht. Die mir aufgetragenen Botschaften schienen mir ganz unbedeutend. Aber er sagte mir, sie seien gut verschlüsselt und sehr wichtig. Ich solle erst gar nicht versuchen, den Inhalt zu deuten, sondern nur die Worte wiederzugeben, aber immer darauf bedacht, alles streng geheim zu halten. Das alles war im vergangenen Herbst geschehen. Nun war ich in Kassel, seit drei Tagen unter Arrest mit der Frage, was ich nun schon wieder angestellt habe. Am vierten Tag kam ein Einschreiben an mich aus Berlin. Der Hauptmann brachte es selbst. Ich öffnete es vor seinen Augen. Das stand nur, zu besonderem Einsatz, sofort nach Pau versetzt. Hat sich dort beim Standortkommandanten zu melden. Weil wir beide nicht wussten, wo Pau liegt und es in Frankreich vermuteten, holten wir eine Karte hervor und fanden es ganz nahe bei Lourdes. Überrascht dachte ich, ob denn Schwester Solana einen Draht zum Oberkommando der Wehrmacht habe. Offensichtlich hatten die Kreise, die mit Herrn von Trott zusammenarbeiteten, gehört, dass ich nach Russland abkommandiert werden sollte und so ihren Plänen nicht mehr nützlich sein konnte. Ich fuhr also über Paris nach Pau. In Paris versuchte ich, den Herrn zu treffen, dessen Name mir genannt worden war. Doch der war leider nicht anwesend. So musste ich unverrichteter Dinge wieder weiterreisen. In Pau angekommen, wurde mir die Aufgabe zugeteilt, meine französischen Sprachkenntnisse zum Abhören der Sendungen zu benutzen, die aus Nordafrika kamen. Dies tat ich meistens Abend oder nachts. So hatte ich tagsüber viel freie Zeit. Es zog mich nach Lourdes, das nur wenige Kilometer von Pau entfernt ist. Schon nach wenigen Tagen konnte ich vor der Grotte der Erscheinung beten. Ich war also in Lourdes. Maria brauchte nicht nach Russland zu kommen. Die gläubige Voraussage der Schwester Solana aus Fulda hatte sich wiedererwartend erfüllt, unverhofft und schnell. Natürlich schrieb ich der Schwester gleich eine Karte mit der Mitteilung, wo ich sei. Sie antwortete auf einer offenen Postkarte, die ein grosses Hallo auslöste. Beim Appell morgens wurde ich herausgerufen. Unteroffizier Goldmann, Sie haben eine Tante in Fulda oder eine Schwester? Auf mein erstauntes Gesicht hin las der Spiess vor. Lieber Karl, danke für deine Karte. Bleibe brav, bete weiter und zündige nicht. Schwester Solana Die ganze Meute schrie vor Vergnügen über diesen Text. Ich bemühte mich nach Kräften, ihn zu erfüllen. Da mir leider die Tür des Franziskanerklosters trotz aller Bitten und Bescheinigungen verschlossen blieb, die Mitbrüder mussten durch die deutsche Besatzung viel erlebt haben, um so misstrauisch zu sein, konnte ich nur jeden Nachmittag in ein nahes Kloster gehen, wo immer um 17 Uhr die dort übliche Anbetung mit dem sakramentalen Segen schloss. Der freundliche Priester reichte mir täglich die heilige Kommunion. Die davon gerührten Schwestern versorgten den feindlichen Soldaten danach immer mit einem guten französischen Mahl. Ich hatte wieder einmal ein gemütliches Leben und fuhr öfters nach Lourdes. Dann aber kam eine Nacht, in der ich eine interessante Meldung auffing. Die unverschlüsselte Nachricht lautete, Franzosen haltet aus, eure Befreiung steht kurz bevor, wir kommen. Der Offizier, der mich das am nächsten Tag überreichte, lachte und meinte, Sie haben wohl geträumt, wo wollen denn die Engländer oder Amerikaner landen? Alle Küsten sind doch fest in deutscher Hand. Ich war nicht so sicher und überlegte, wo Truppen von Afrika kommend landen könnten. Da kam nur Sizilien in Frage. Ich besorgte mir schleunigst eine französisch-italienische Sprachlehre und büffelte in jeder freien Minute italienisch. Meine Kameraden lachten mich aus, weil wir schon die Winterausrüstung für Russland bekommen hatten. Sie frotzelten mich, ob Russland für mich etwa in Italien liege. Ich aber ließ mich nicht beirren. Einen Moment kamen mir dann doch Zweifel, als wir nämlich wirklich in einen Zug verfrachtet wurden, der für Russland bestimmt war. Doch unterwegs ging es plötzlich an das Mittelmeer, über Nizza an der Riviera entlang, nach Genua. Dort wurden wir abgestellt, mussten die Russland-Ausrüstung abgeben und bekamen dafür leichte Uniformen. Die Fahrt ging an Rom vorbei, nach Ostitalien. Ich erinnerte mich der Worte von Schwester Solana, dass Gott mächtiger sei als der Krieg und was sie über das Gebet gesagt hatte. Ich war gespannt, wie es nun weitergehen würde. Die Krankenkommunion In Foca am Adriatischen Meer wurden wir ausgeladen. Unsere nun vollmotorisierte Einheit kam nach Lucera, einem entzückenden mittelalterlichen Städtchen. Da der Regimentsarzt weit entfernt war, musste ich in der Stadt eine Sanitätsstation aufmachen. In einem von seinen Besitzern offensichtlich fluchtartig verlassenen Haus war das gut möglich. Als ich die Rotkreuzfahne herausgehängt hatte, kamen zwar kaum Soldaten, dafür aber viele Mütter mit Kindern, die um Hilfe baten. Die medizinische Versorgung der Bevölkerung war völlig zusammengebrochen, weil alle Ärzte eingezogen worden waren. Ich half, wo ich konnte. Bald standen die Leute in Reihen an, als Bezahlung brachten sie Nahrungsmittel, vor allem viele Beutel mit Ziegenkäse, die in Mengen in den Ecken lagen. Ich hatte zwei Helfer, einen aus dem Schwarzwald, einen biederen Bauernburschen und einen kleinen Kerl aus Berlin mit einer echten Berliner Schnauze. «Herr Unteroffizier, wenn wir den ganzen Käse futtern, fangen wir an zu meckern. Sie wissen, das ist gegen meine gute Erziehung. Dazu ist es verboten und heute in Deutschland sehr gefährlich. Was machen wir nur mit dem Zeug?» Ganz nahe der Stadt hatte ich ein wirklich winziges Klösterchen entdeckt. Dort hausten meine Ordensbrüder, denn von wohnen konnte nicht die Rede sein. Der heilige Franziskus hätte sich über die Armut gefreut. Das Haus glich mehr einer Ruine. Mit dem Berliner schaffte ich eine grosse Menge Käse und viele andere guten Sachen dorthin. Als er die Mönche sah, es waren nur vier, fragte er, «Ist das hier ein Zirkus?» Seine Sprachlosigkeit wuchs, als er in das Innere des Häuschens blickte. Alle Türen standen weit offen und die kleinen Zellen mit den primitiven Betten sah, dazu in der sogenannten Küche eine einzige Pfanne und ein paar uralte Töpfe auf einem wackeligen Herd. Da meinte er fassungslos, «Hier wohnen ja Bettler!» Damit hatte er den Nagel auf den Kopf getroffen. Franziskaner sind ja Bettler des lieben Gottes. Ich fragte den Pater Guardian, ob ich aus der Bibliothek etwas zu lesen ausleihen dürfe. Er führte mich an ein Wandbrett, dort standen fünf Büchlein. Wirklich, der heilige Franziskus hätte sich gefreut. Seine Ordensbrüder freuten sich aber auch, nämlich über die kulinarischen Genüsse. Täglich schaffte ich ihnen abends Lebensmittel heran. Es war eine ganz prächtige, richtig warmherzige franziskanische Gemeinschaft. Der Aufenthalt in Lugera gab mir noch andere interessante Erlebnisse. Hinter der Stadt war eine riesige Anlage, ein Kastell aus den Zeiten Friedrichs des Zweiten. Ich lief oft darin herum und staunte, was für unvorstellbar hohe und wuchtige Mauern im Mittelalter ohne Maschinen gebaut worden waren. Nun grasten auf den Wiesen die Ziegen, die die Milch zum Käse lieferten. Doch die bemerkenswerte Erfahrung wartete noch auf mich. Während des Studiums hatte ich zwei Jahre hindurch jeden Abend 40 Minuten lang das Leben der Heiligen studiert. Ich war damals immer wieder erstaunt, dass die meisten Heiligen aus den südlichen Ländern kamen, vor allem aus Italien. Ich dachte oft, warum wir Nordländer unter den vielen frommen Leuten aus dem Süden eine so seltene Ausnahme darstellten. Liegt es vielleicht daran, dass die Heiligen näher an Rom sind? Des Rätsels Lösung wurde mir in Lugera beschert. Nachher meiner Sanitätsstation war eine Kirche. Der Pfarrer war ein richtiger Don Camillo-Typ. Er war gerne bereit, mir abends die heilige Kommunion zu reichen. Das war immer so um 17.30 Uhr, nachdem ich geschlossen hatte. Es sprach sich wie ein Lauffeuer in der Stadt herum, dass der Doktor, so nannten sie mich, dort abends kommunizierte. Ein Soldat in Uniform mit Orden an der Kommunionbank. Das musste man sehen. Nach zwei, drei Tagen war die Kirche abends gedrängt voll mit Müttern und Kindern, die sich dieses Schauspiel nicht entgehen lassen wollten. Mein kleiner Berliner brachte es fertig, den Leuten Fotos von mir zu zeigen, die mich im Franziskanerhabit zeigten. Nun ging die Verehrung los. Wenn ich aus der Kirche kam, scharrten sich alle um mich und wollten gesegnet werden. «Padre Benedica!» riefen die Mütter und hielten mir ihre Kinder hin, berührten mich mit Rosenkränzen und heiligen Bildern. Mein Berliner sah vom Fenster aus zu und schrie vor Vergnügen. Der Heilige, das ist aber in Italien die Bezeichnung für den heiligen Antonius von Padua. Ich verhielt mich still. Dann aber kam der Tag der heiligen Petrus und Paulus. In Italien ein Nationalfeiertag. Hunderte von Menschen strömten aus den Dörfern in die Stadt, um am grossen Festgottesdienst teilzunehmen. Lugera hatte natürlich einen Bischof, wie alle die sieben kleinen Städte in der Umgebung. Ich hatte Zeit, es war ja Feiertag und ging deshalb auch in den schönen alten Dom. Das Gotteshaus war gesteckt voll, ich konnte mich nur an die Wand eines der Seitenschiffe drücken. Da ich aber die Menge um Haupteslänge überragte, sah ich alles sehr gut. Zu überhören war ohnehin nichts. Als nun der Bischof einzog, um ihn herum eine fantastisch angezogene Leibwache, die viel farbenprächtiger war als die Schweizer Garde im Vatikan, da brach der Sturm los. Es lebe der Papst, es lebe der Bischof. Segnend kämpfte er sich mit seinem Gefolge zum Altar durch. Dann begann das Hochamt. Laut war es bestimmt. Ob auch sehr musikalisch, kann ich nicht beurteilen. Ich sorgte mich, wie ich zur Austeilung der Heiligen Kommunion durchkommen würde. Doch meine Sorge war verfrührt. Es wurde keine ausgeteilt. Die lange Feier war zu Ende. Es kam der grosse Auszug. Mit Bischofshut, das heisst mit der Mitra, wir nannten sie Parteihut, und mit dem Stab schritt der Prelat durch die jubelnde Menge. Er schaute nach rechts, er schaute nach links und spendete eifrig den Segen. Auf einmal sah er mich ziemlich weit weg aus der Menge ragen. Er hielt an, sprach kurz mit seinen Begleitern, dann bog der Zug ab in meine Richtung. Ich dachte noch, wo wollen die denn hin? Hier ist doch gar kein Ausgang. Mit einiger Mühe kämpfen sich die Herren durch die Leute. Jetzt stand er vor mir und fragte, «Eleil Santo? Sind Sie der Heilige?» Ich musste lachen und antwortete, «Leider noch nicht, ich bin nur ein Bruder des Heiligen». Doch die Menge rief, «Er ist ein Heiliger!» Der Bischof war sichtlich vergnügt und lud mich zum Essen ein. Jetzt ging das Jubeln erst richtig los. Es lebe der Papst, es lebe der Bischof, es lebe der Heilige. So war ich also vom Volk heilig gesprochen worden. Nun wusste ich, warum so viele Italiener in das Verzeichnis der Heiligen aufgenommen worden waren. Das Buch kann beim EOS Verlag gekauft werden. Das Bless Missionswerk ist zu 100% Spenden finanziert. Besuchen Sie unsere Website www.blessmissionswerk.ch um mehr über die vielfältigen Möglichkeiten zu erfahren, wie Sie uns unterstützen können. Sei es durch eine finanzielle Spende, Ihr Gebet oder Ihr persönliches Engagement. Wir danken Ihnen für Ihre Grosszügigkeit und wünschen Ihnen Gottes reichen Segen, denn gemeinsam können wir Grosses bewirken.